Du übersteuerst voll, wenn du so hoch bist. Ja, dann stelle ihn leise. Nein, dann höre ich ihn wieder nicht. Das ist der Nachteil, dann Flo. Flo ist halt ein dummer Typ. Damit müsst ihr leben. Flo ist falsch programmiert worden. Das auch. Ja, na und? Wie, na und? Das ist scheiße. Ja, alle hier und. Genau wie du. So, Holzschwert kann weg, Steinschwert kann weg, der ganze Müll kann weg. Du hattest noch ein Holzschwert dabei. Ja, ich hab auch noch mal eine Spitzhacke dabei. Jetzt hab ich meine Kiste gezahnt. Ja, ich ne. Ja, ich ne. Ich geh mal wieder dein Mikro etwas weiter von den Kopf voran da weg. Dann, hä, nee, dann ist das so scheiße unter meinem Kinn, das nervt. Du solltest nicht unter deinem Kinn klemmen. Ja, eben, ich hab's dann mal vor meinem Mund direkt. Ja, mach es leicht nach dem Sonsten, sabberst du da doch immer rein. Wo ist das? Oder spuckst, was weiß ich. Alter, warum soll ich so viel Redstone brauchen? Äh, nimm das mit. Ja, für mich. Oder schick es mir. Nö. Ja, du brauchst es auch nicht mit. Doch, klar. Ein Redstone für einen Diab, würde ich sagen. Das ist der Kurve im Moment. Ja. Oh Gott! Was zur verfickten Hölle. Tom hat ein Herz verloren. Nein, ich hab fast alle verloren und da standen noch 10 Creeper oder so. Oh Mann. Ich hatte grad drei Läden. Hatte ich auch bei dir zum Ernst. Ich wurde. Wusstet ihr, dass es jetzt eine Abbauanimation von Kisten gibt? Das ist mir ehrlich gesagt sowas von scheißegal gerade. Eine Abbauanimation, was gibt? Abbauanimation. Ähm, also quasi, oh. Ja, du hast danach noch was gesagt. Das ist eine Abbauanimation, weil Kisten gibt. Kisten? Hätte ich nicht gesagt. Ach so, ach, was meinst du, dass bei Kisten... Ey, du glaubst mir nicht wie scheißegal, das ist Tobi, mir. Was? Ich hab doch nicht genügend Eisen. Ich wusste noch nie, dass es keine Abbauanimation für Kisten gibt. Echt? Ich hab noch nicht genügend Eisen. Hallo, das war der Skandal. Die Kisten wurden einfach... Ja? Das war kein Skandal, du Affe. Hättet ihr ja sein können, Tobi. Gott, Alter. Warum hab ich's verliebt, mit dir zu spielen? Hallo, sei froh, dass wir überhaupt uns herablassen, mit dir zu spielen. Da bin ich auch super froh drüber. Dass ich endlich zwei auf meinem Niveau gefunden hab. Ja, nee, du bist viel dummer, äh, dummer. Du bist viel dümmer als wir. Da sagst du was, Tobi. Als Torben geb ich ja noch zu, aber als du? So, Moment jetzt, wir müssen weitersuchen. Nach dir als Freunde. Ey, Torben, wie oft bist du jetzt nochmal sitzen geblieben? Ähm, Moment. Wir brauchen schon zwei Hände zum Abzählen. Bin in der neunten mit 18 gerade. Ah, nee, jetzt bin ich noch in der 17, aber ich werd bald mit 18. In den Herbstferien, ne? Nee, nee, äh, nächsten Sommer. Drehst du noch ne Runde? Ja, ja, ich dreh noch ne Runde. Ich hab mein Vertrag, hab mein Vertrag nochmal verlängert. Torben, spielst du da etwa auf jemanden? Nee, nee, Quatsch, Quatsch. Keine Anspielung. Überhaupt nicht. Keine Anspielung. Ich mach auch mit 20 Abi, wollte ich nochmal anmerken. Fast 21 bin ich dann. Alter, voll krass. Och, ich bin so dumm, jetzt hab ich mir kein Wasser einmal gemacht, sondern das Wasser einfach weggemacht. Das ist Torbenstyle. Aber ich hab Gold. Mit Gold kann ich mir neues Wasser kaufen. Ähm, ja. Stimmt, ich hab irgendwo auch Gold gefunden, bin aber dran vorbeigerannt. Alter, du kannst OP empfilmen. Du kannst, ist gerade Nacht, weiß das irgendwer? Äh, wieso auch? Weil du wieder hoch willst? Äh, nö, will ich nicht. Ich wollte, ob ich wieder schlafe. Pussy. Wieso? Weil du wieder hoch willst. Ich will nicht hoch. Pussy. 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 Sagt also, der vor einem Zombie-Angst hat. Hast du solche Pussy für dich? Ja, sorry, wenn der mich überrascht, wenn ich im Ofen bin. Du bist wieder im Ofen. Flo sitzt da so drin und wird so lang gefrästet. Stell ich mir schön vor. Oh, das wäre so toll, ich würde den sogar essen. Ein Baby-Zombie. Eie, 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 eie. Noch mehr Gold. Alter, ich kann mir gleich schon einen OP-Gold-Apfel machen, Leute. Ich kann mir in der Nacht schlafen. Wie macht man den? Mit Goldblöcken. Was denn? OP-Apfel? Hm. Notch-Apple? Wie er ja offiziell heißt. Ja, offiziell heißt er für mich Torben-Apple. Oh, was. Dann wird er wenigstens seinen Namen, den wir ihm gegeben haben, zu... Äh, ne? Mir gehört Apple. Hä? Ah, 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 ah. Was eigentlich voll nichts damit zu tun hat, aber egal. Hä, wo bin ich denn? Ich dachte, ich wäre in meine Schlucht. Ich habe noch eine Schlucht gefunden, aber die Scheiße. Oh, wie auf Bier denn bei Apple? Oh. Ich habe noch so eine Scheiß-Schlucht gefunden. Ich will wieder zurück in meine Schlucht. Witz, komm raus. Du bist umzingelt. Boah, der hat auch gesessen. Oho, gehen zwei Sandkörner in der Wüste. Du, ich glaube, ich bin umzingelt. Ey, ne, komm, jetzt wird's zu lustig. Jetzt werden wir zu lustig, ne? Skeletts! Eine Kugel rollt um die Ecke und fällt um. Oh. Seht, wie wir schön Torben lachen kann, wenn er sehr fröhlich ist. Ich kann halt über gute Witze lachen. Ich konnte heute darüber lachen, was du so gemacht hast. Hä? Nein, das... In, äh, damit... Ah. Wolltest du nicht eigentlich noch da irgendwas von mir kaputt machen, nachdem ich irgendwas von dir kaputt gemacht habe? Ja, kann sein. Oh, Tobi, das ist aber nicht schön. Das hast'n du kaputt gemacht. Obwohl ich das noch nicht mal war. Das war eine andere Person. Das ist mir relativ egal. Du hast es dahin geworfen. Ja, okay. So, also... Bin jetzt nicht im Bilde. Will aufgeklärt werden. Schilde. Hahaha. Er hat gesagt, Bilde. Achso. Ah. Guck, mit dem Begriff kann ich was anfangen. Ja, du bist ein Schilde. So hab ich meinen Avatar auf... ...Dragensang Online genannt. Was? Hallo, liebe Zweigpaar. Ich dachte schon immer, du bist ein Schild. Das dachte ich. Ohne Spaß. Ich find keine Dias. Was ist los mit mir? Was ist denn los mit mir? Hast du Fieber? Nee. Ich hab, äh... ...alles. Nee. Wie heißt die Krankheit, die im Moment so... Ebola. Ebola, genau. Spass, Alter. Damit macht man keine Witze. Entschuldigung, ich hab, äh... Flo ist halt ein Witz. Das stimmt. Wer sagt denn, dass das ein Witz oder dass du damit erkrankt bist? Ahahaha. Alter, du machst dich über die Menschen lustig. Welcher? Ja, die daran gestorben sind. Ja. Achso, weil du jetzt mit dieser Krankheit... ...interziert bist. Kannst du jetzt mal bitte die Fresse halten. Danke. Tom, kannst du den schmieren? Leute, ich bin dafür, dass ihr den hatet. Aber richtig krass. Ja, am besten dieses Video. Nee, am besten auf seinem Zweitkanal. Welchen? Ich bin ein... ...scheiß Wichser. LP. Oh! Du solltest meinen Zweitkanal-Namen doch nicht nennen. Oh Gott, sind hier viele Spinnen. Ich hab Angst vor Spinnen. Die sehen immer mit ihren roten Augen so böse aus, wie böse Viecher. Ey, Tom, aber das ist nur... Oh. Oh, ein Creeper. Wenigstens bin ich kein Witz, Tobi. Oh, Mist. Hey, hast gesehen, Zombie? Ich hab den Creeper direkt vor dir in die Luft ge... Oh, Hexe! Vergiftet! Hilfe! Hashtag in die Wand. Huh, Hashtag in der Wand. Wie lange bist du vergiftet? Ähm, null Sekunden. Aber ich hab Langsamkeit bei... Nein, der trank dich nicht ganz getroffen. Ich weiß. Der vergiftet einen normal 33 Sekunden von einer Hexe. Ich weiß, das wär ziemlich gemein gewesen, hätt die das gemacht. Na, du Miststück! Bam, 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 bam. Jetzt geht's hier, ne? Generiert man eigentlich langsamer auf hart... Nein! Oh, bitte. Mann! Oh! Ich will auch mal lachen. Ja, ist doch so. Tobi, ey, komm... Ich war nur so hinter mir beim Kohleabbauen und inzwischen... Äh, Alter, ich wurde grad... Und über mich lustig machen, ne? Ich wurde grad von drei Creepern hintereinander... Also hin und her geschubst, ne? Und ich hab mit drei Herzen überlebt. Oh! Weil ich so... Ich wärst mir nur ein halbes Herz. Weil ich einfach mal so genial bin und ans Blocken gedacht hab, Alter. Ich hab's einfach mal gemacht. Ich hatte keine Chance mehr zu Blocken. Der ist genau in dem Moment explodiert. Sonst wär ich gestorben. Dann hätte ich nichts mehr von dir... Ja, aber bei mir war ein Block im... Wenn ein Block im Weg ist, macht ein Creeper mega wenig Schaden, ne? Nur so'n Tipp. Ja, dann baue ich einfach mal einen Block vor mich, wenn einer explodiert, ne? Ne, aber wenn du zum Beispiel jetzt... Wenn der quasi unter dir steht, dann macht der kaum Schaden. Auch ohne Blocken. Hätte ich geblockt, hätte ich gar nichts verloren. Oh, da sind jetzt auch drei Creeper. Soll ich einen explodieren lassen? Ja. Gut. Ich brauch das Gunpowder. Ich brauch das Gunpowder, Flo. Bitte hol mir das. Falls der Tobi mal Stress macht. Das musst du dir dann aber erhandeln. Boah, ich frag mich ja, wie viele Folgen wir brauchen, bis es nicht gibt. Was? Du willst es erhandeln? Dass ich dein Haus in die Luft sprengen? Können wir machen, Tobi. Ja, so gegen... Einstlegt die Ablöcker? Dann darf ich... Ahahaha! Ja, wirst du ja irgendwann haben. Hä? Ich werde irgendwann einfach dein Haus in die Luft sprengen, können wir so sagen. Ich hab gerade wieder die Orientierung verloren, weil ich einfach so genial bin. Ach, da. Ich hab mir jetzt mal einen Wassereimer gemacht, aber ich hab kein Wasser. Also hab ich mir nur einen Eimer gemacht. Genius time. Zack! Nein, eigentlich will ich lieber das Wasser da weg machen, weil da ist mehr Dinger halt, ne? Fläche, wo nette kleine glitzernde blaue Steine sein könnten. Ja. Wartein. Lapp! Kommt das Video schon morgen hoch? Ja. Gut. Ja, das jetzt bitte übermorgen, oder? Das ist jetzt schon der zweite Part. Hä? Bin ich Gott oder so? Ja, es sollte der zweite Part gerade sein. Ich schwirme gerade einen... Unendlich langen... Hä? Denkst du, ich mache eine Abgrüßung? Am Arsch mache ich eine Abgrüßung. Ja, ne? Eine Abgrüßung? Ja. Abschildung. Ist das dein fully Ernst? Ja, das ist mein fully Ernst. Creeper, aber ich bin einfach runter ins Wasser gesprungen. Haha, scheiß Creeper, ey. Ich wollte nämlich nur den Wassereimer haben. Und du denkst ja einfach, ja, ich bin der Coolste und will jetzt einfach explodieren. Aber nein, 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 nein. Nicht mit... Ich hab mein Bett gefunden. Turben, dir hört keiner zu. Doch, doch, ich hab zu gehört. Ehrlich? Glaube ich dir nicht. Ich bin enttäuscht. Ich dachte, mir hört immer jemand zu. Wie ich hier laber und laber und laber. Ich will ja eigentlich nicht angeben, aber ich hab 62 Eisenerz und 5 Stacks Kohle. Tobi, haust du rein? Ich hab doppelt so viel. Ja, ich hab jetzt fast 4 Eisenerz, genau. 4 Stacks Kohle. Ich nehm einfach gar keine Kohle mehr mit, sondern... Oh cool, könnt ihr einmal kurz schlafen gehen? Ne. Was? Geht grad echt nicht. Ich hab mein Bett oben. Ich hab meins auch weiter weg. Ich bin jetzt wieder runtergesprungen in die Schlucht. Oh man. So. Oh, Kohle. Ich nehm mal Kohle mit, ne? Damit ich auch mal ein bisschen angeben kann. Yay, ich hab Kohle. Tobi geht jetzt nach oben und... Kackt. Schaut dort sein Haus. Kackt. Oha, voll viel Eisenerz auf einer Stauber. Das ist ein Rabbit. Töte ihn nicht. Ich will hinterher Rabbit zahlen. Ich hab ihn getötet. Wichser. Genau in dem Moment, wo du es gesagt hast. Boah. Ja, vermute ich... Noch ne Schlucht. Was ist denn los hier? Huch. Aber einfach nirgendwo sind Dias. Ich hab ne Kartoffel. Ja, und jetzt? Willst du einen Kuss oder so? Lieber nicht. Oder hoffentlich nicht. Ne, du, das will ich auch nicht. Oder übersehe ich einfach mal Eisen. Pff, da kann ich runter springen. Pff, Spinner. Alles cool. Das macht nem Torben gar nichts, Freunde. Was denn? Einfach mal in so ne Schlucht zu springen. So. Eisen. Ich kann immer voll das coole Haus draufbauen, glaub ich. Tobi macht das aber nicht in Sichtweite von meinem Auslitter. Boah, ist das scheiße geil. Das ist doch gerade dann cooler. Oh, ich nicht scheißliche Schirm. Das ist doch dann doch gerade cooler, wenn man das so in Sichtweite hat. Da soll doch jetzt ein Spaß werden. Ja, natürlich. Ich versteh keinen Spaß. Warum bin ich auf Höhe 20? Ich bin in zwei Schluchten runtergesprungen. Am Arsch bin ich auf Höhe 20. Ach Torben, Nadia, es gibt's jetzt auf Höhe 30. Mit dem... Ah, danke, das ist nett. Ehrlich? Boah, was ist denn dumm, Alter. Gib mir... Tobi, wenn... Schlag den gleich einfach richtig dick in die Fresse. Wenn was? Schlag den gleich einfach richtig dick in die Fresse. Entschuldigung. Okay, hoffe ich. Hätte ja sein können. Ja, total realistisch. Kam auch sehr glaubwürdig rüber. Ja, guck mal, in Hexen sind sie an der Oberfläche. Ja, okay, Hexen sind auch unrealistisch. Da gibt's auch Chokobus. Und Bücher, mit denen man Chokobus zahm macht.